Herzlich willkommen zu unserem Video über Betahistin und die Erfahrungen damit. Betahistin ist ein Medikament, das oft zur Behandlung von Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen eingesetzt wird. Doch was sind die Erfahrungen von Menschen, die Betahistin tatsächlich verwenden? Heute wollen wir nicht nur über die medizinischen Aspekte sprechen, sondern auch von Ihnen hören. Wir möchten Sie dazu ermutigen, Ihre eigenen Erfahrungen mit Betahistin in den Kommentaren unter diesem Video zu teilen. Egal, ob positiv oder negativ, Ihre Bewertungen sind wertvoll und können anderen helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Gesundheit zu treffen. Also, lassen Sie uns gemeinsam einen offenen und informativen Dialog über Betahistin und seine Auswirkungen führen. Ihre Meinungen zählen. Betahistin, auch bekannt als beteiligstindichlorohydrat, wird zur Behandlung des Meniere-Syndroms verwendet. Dieses Syndrom ist gekennzeichnet durch Symptome wie Schwindel, Schwindelgefühl mit Unwohlsein, begleitet von Übelkeit oder Erbrechen, Klingeln in den Ohren und Verlust oder Schwierigkeiten beim Hören. Schwindel tritt auf, wenn ein Teil des Innenohrs, der für das Gleichgewicht verantwortlich ist, nicht richtig funktioniert. Wie verwendet man Betahistin und was ist die Dosierung? Betahistin, das Betahistin enthält, wird als Analogon von Histamin klassifiziert. Es verbessert die Durchblutung im Innenohr und reduziert den angesammelten Druck. Dieses Medikament hilft, die Symptome von Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Tinnitus im Ohr zu verbessern. Die Verbesserung kann einige Wochen dauern, um beobachtet zu werden mit den besten Ergebnissen, die nach einigen Monaten erhalten werden. Es ist wichtig, die ärztliche Verordnung zu befolgen. Betahistin ist allgemein erhältlich als Tabletten mit 6 mg oder 12 mg Beteilstindimesilat Tabletten mit 8 mg, 16 mg oder 24 mg oder Beteilstindichloridat Lösung-Tropfen mit 8 mg Beteilstindichloridat in einer ML 15 Tropfen entsprechen 1 ml Lösung oder 8 mg Lösung-Pumpen mit 8 mg Beteilstindichloridat in 0,8 ml Ein Pumpe entspricht 0,8 ml Lösung oder 8 mg Ihr Arzt wird bestimmen, welche Dosierung und pharmazeutische Form für ihre Behandlung geeignet ist. Nebenwork Engine Wie jedes Medikament kann Betahistin Nebenwirkungen verursachen, obwohl sie nicht bei jedem auftreten. Häufige Nebenwirkungen sind Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Unwohlsein und Übelkeit. Andere Nebenwirkungen können Magenprobleme wie Erbrechen, Bauchschmerzen und Blähungen sein. Es ist wichtig, Ihren Arzt über alle Nebenwirkungen zu informieren, die Sie bemerken. Contraindicationen Verwenden Sie kein Betahistin, wenn Sie allergisch gegen Beteilstin oder einen Bestandteil des Produkts sind. Wenn Sie bestimmte medizinische Bedingungen, wie ein Tumor der Nebenniere namens Pheochromocytoma haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Medikament verwenden. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Betahistin verwenden, wenn Sie Magengeschwier oder Asthma gehabt haben. Wenn Sie schwanger sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Medikament verwenden. ArtNiamid of the Workagen Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen, einschließlich rezeptfreier und pflanzlicher Arzneimittel. Alberta Serum Im Falle einer Überdosierung suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf. Vergessen der Dosis Wenn Sie eine Dosis verpassen, nehmen Sie es, sobald Sie sich erinnern, nach dem üblichen Zeitplan. Nehmen Sie keine doppelte Dosis, um die verpasste Dosis zu kompensieren. Dusamanceetzung des Arzneimittel Jede Tablette von Betahistin enthält beteiligständig Lorinat sowie andere Hilfsstoffe. Denken Sie daran, die bereitgestellten Informationen sind informativ und ersetzen keine medizinische Überwachung. Wenn Sie unter dem Klingeln in Ihren Ohren leiden, wissen Sie, dass es Hoffnung gibt, dieses Unbehagen zu überwinden. Wir haben Material, das helfen kann, nützliche Informationen und Anleitung zu geben, um mit dieser Bedingung umzugehen. Besuchen Sie den Link in der Beschreibung oder den ersten Kommentar für weitere Details und beginnen Sie Ihre Reise in Richtung Erleichterung vom Klingeln in Ihren Ohren. Lassen Sie Tinnitus nicht Ihre Lebensqualität beeinflussen. Klicken Sie jetzt und finden Sie heraus, wie Sie diese Situation effektiv angehen können. Lassen Sie Tinnitus nicht Ihre Lebensqualität beeinflussen. Lassen Sie Tinnitus nicht Ihre Lebensqualität beeinflussen. Untertitelung des ZDF, 2020